Mein Lieblingstier, der Affe. Hallo, ich bin Sarah. Ich bin sieben Jahre alt und gehe gerne in den Zoo, um Affen anzuschauen. Meine Lieblingstiere sind die Totenkopföffchen, Gorillas, Schimpansen. Weil Affen zu witzig sind und zum Beispiel, wenn die sich ein Seil so rumdrehen, die das Seil eindrehen und dann in die Hand nehmen und dann machen. Oder zum Beispiel, wenn sie dann Wetteren auf den Ästen machen. Da war ich beim letzten Mal im Zoo, da kam eine Gorilla-Frau und die hat dann dauernd so gemacht. Und das heißt auf Affensprache, mir geht's gut und dann mussten wir dauernd auch eine Schnute ziehen und dann tat mir schon die Lippe weh. Ich möchte keinen Affen haben, weil der wahrscheinlich dann mein ganzes Zimmer verwüstet. Hat dir das Video gefallen? Mehr davon gibt's auf unserem YouTube-Kanal und auf klixmix.de findest du noch viele weitere Videos, Audios und Spiele. Schau doch mal rein!